Servus Leute, hier ist wieder Lever KSIP, John auf zum Lachen und wir springen wieder eine kleine Runde LOL Diesmal ist wieder der John und der Basti dabei Ja, auf zu feiern Der Basti Schildriss da, da ich Spiravus und der John Morgana Basti, wir gehen erstmal alle in diesen Busch Oh ja, jetzt war es mit meiner Mutter aber so lustig wie das Nein, wegen was anderes Du hast mit deiner Mutter geredet? Oh, wenn wir in den Busch gegangen sind Ja, und wir sind diesmal auf der 3 gegen 3, wer es noch nicht gefährlich hat Tschüss Oh, ich hab kein Wort zu sterben Oh, wär's aber was Du darfst nicht weggehen, das ist Aram Vorsichtig Oh, daneben Alle gleich raus, um den Busch zu hause Das sehen uns alle gleich, du hast doch noch 440 AB Eben Ähm Ja, ja, wer steht, ich bin gegen so Scheiß, Israel, Diana und Pantheon, nein, also alles 3 OP-Chats Da geht die Partie ab Wo geht die Partie ab, hier geht die Partie ab, hier geht die Partie ab Basti, du bist top Ich und top Ja, ja Nö, gegen Israel Oben wird Pantheon sein, nur Diana Die Vasallen sind erschienen Oder Israel Oder Israel Aber ich schätze, schätze mal, dass Pantheon oben ist, weil er dooflich schüttet So fangen wir nicht den, der Top geht ab Weil wir nicht so gestört sind Nein, wir sind nicht so schlau Jetzt kommt's her Ja, Basti, du siehst doch, wie wir dir alle folgen Geh, unten ist Diana John Was? Beweg dich Ich will mich nicht bewegen Wasseilen sind da, du kleine Tüdelin Und Pantheon, also Basti, du hast oben Israel Mein Pantheon rennt gerade im Busch rein, also wird er hochrennen, wahrscheinlich Vorsichtig Mensch, mit dir hat man immer Schere rein So muss ich eigentlich alleine spielen Weil du doch der Oberprobe bist Eben Du kannst Killstealen, also kannst du auch alleine spielen Okay, SS2, gell Hast die Nein, SS5 Okay Du hast ja auch erst 845 Fähigkeit gestellt Aber, wenn ich genügend Death habe, dann kann ich ein schwarzes Schild um dich aufbauen Erstens, du kannst nicht mehr verlangsamen werden Okay, sind beide wieder da, aber hast du Zweitens, Diana macht keinen Schaden mehr bei dir Leg mich nicht auf, Diana Geh in meine Pfütze Ich hab Pipi gemacht Ich hab Pipi gemacht Guck mal, da hast du die Pfütze Jedes Game, wo wir gegen Diana spielen, verkacken Ja Weil Diana einfach ne Wechs zufällt Warte kurz, warte kurz, ich komm hoch Ein fetter, hässlicher OP, Bob Leute, schämt euch, wenn ihr Diana spielen müsst, weil ihr nix anderes könnt Ihr löscht Basti, komm Und schreibt ja nicht in die Kommentare Ja, aber für Diana braucht man Skill Nein, für Diana braucht man einfach mal 0 Skill Lauf, Basti, lauf Long Forest, lauf Oh my god Ja Du hattest Healpots, du Depp Ja, das hab ich auch erst zu spät Meinst du, der setzt die ein Ne, so auf Basti In solchen Momenten Die Anna ist OP, geh, haut die Damage Ja Okay Ich halt nur kurz hoch, dann lenke Ich pushe noch die Wave und dann port ich mich weg Jetzt noch nicht, aber die rückt später, warum sie sich auf Ich krieg schon wieder einen Mutanfall Ich krieg schon wieder einen Mutanfall, ey Ich krieg schon wieder einen Mutanfall, ey Ich krieg schon wieder einen Mutanfall, ey Ich krieg schon wieder so was kommt Wie defensiv die Spielen Gut, dann ruhig mehr meine Ninja Tabis Ja, was macht jetzt Bandtüren da drüben Gammel, der da rufen Ich würde mir nach den Ninja Tabis Vielleicht ne Wormox Oder ne Naturgewalt schon Was soll ich holen? Ja, der macht viel mehr Damage Und zwölfter sein Speer und ich bin tot Oh ja, ich könnte mal wieder Pantheon spielen Gehen wir auf Gehen wir auf Ja, schon mal nimm dir an Der hat sich normale Rüstung gekauft Der hat ja nur 82 AD, da hab ich mehr Ah, sie ist da Der macht mehr Schaden als ich Bei mir hat der nur 79 Pass, die Sreal kommt hoch, glaube ich Achso, du bist ganz Ich bin gar nicht weg Der ist in Richtung hoch gerand, jetzt ist er wieder da Richtung hoch Hör auf rum zu flannen Genau Du brauchst Skill und Engagement Sag mal, dass der Pantheon oben SS ist, aber scheiß drauf Ah, nee, der ist nicht SS Doch, der ist nämlich nicht oben zu sehen Doch, gerade war er noch da Jetzt ist er weg Ja, also Nein, du hast den Weg Oida, hast du den Schaden gesehen, Moe Schau, erwarte ich noch mich Damit er mich töten kann Oida, ich blende sie aus Alles klar Ja, komm Nein Nein Oida, Diana ist sau der gute Life Der Fido ist Pantheon, ne? Magst du mich spielen? Richtig Diana hat mich erst rangezogen Und hat die dunkle Bindung Hat ihn aus der dunklen Bindung rausgezogen Und hat sich dann nochmal genau in den Weg gestellt Als ich sie einsetzen wollte Oida, die Oida hat's drauf Ich hab gedacht, wenn man Diana spielt, braucht man keinen Skill Ja, man braucht zu spielen keinen Skill Aber die kann's Also Bist du gestorben? Diana ist der genau richtige Charme Nein Du hast ja keinen Skill Eben Ja, deswegen ja SS Ja, der ist, glaube ich, weggegangen Oder hatte der wenig Life SS, was seid ihr für Nazis? Was sagt der Richtige? Der dann Referat übergehalten hat Ahahaha Nein, ich hatte SA, das war der Mars Das war der Bastion Ich hatte SS Schuss Schuss Stapel Alter, warum reden die jetzt hier über die SS Was du angefangen hast? Vielleicht interessiert es die Leute Ja Hallo Ok, pass, erklär mal was die SS ist Die SS Ich weiß aber auch jetzt nimmer Ich geh mal back Ja, erklär du, was die SA ist, ne? Die Schutz... Angelegenheit. Nein, warte. Irgendwas. Schutzarmee. Ne. Ja, ich glaub, die SS war nach der SA. Nein. Ja. Nein. Ja. SS. Ja. Die SA war vor der SS. Also war im Prinzip die SS nach der SA. Ja, die SS wurde eigentlich noch nicht aufgelöst. Nicht wirklich, aber... ...bass die Viedepantheon. Basti will viele umspanzen. Basti will viele umspanzen. Basti will viele umspanzen. Rheinweister, Rheinweiter, 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 Rheinweiter nicht kommen. Ich hab Angst. Ich werde jetzt ein paar Uhr in einem Januar. Wir werden auch das. das nenne ich helfen, Asi. Wow. Also komme ich denen nicht hinterher. Ach komm, dieses Opfer 3er Boots geholt. Jetzt habe ich schon wieder keinen Mahner mehr. Also das hättest du mir vorhersagen. Ja, weil du halt kein Damage machst. Ah, wie siehst du mein Leben? Bleibst du mal bitte unten? Schau dir Basti mal an. Der hat ja weniger AD als du wahrscheinlich. Warte, 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 warte. Ja, ich gebott. Du kannst ja mal drauf gehen. Viel Spaß. Nein, ich geh nicht top, weil ich Bot bin mit dem John. Basti, du gehst jetzt wieder top. Richtig. Ja, damit ich dem Dante ja noch einen Fehl gebe. Oh, Mensch, Spur. 92 AD hat die kleine Basti. Pantheon ist S unten auf. Ja, ich geh jetzt erstmal auf Tank hier. Ich hab kein Bock drauf. Ich bin der Tank. Asi, weißt du noch mein AD Carry? Ja, ja. Hat man das aufgenommen, nicht, gell? Nee. Nee, hat man nicht. Schade. Du hast, du fandest das am Anfang so schlecht und deswegen hast du aufgehört. Ich würd sagen, das Spiel ist jetzt... Lass die, pass auf. Ist jetzt relativ ausgeglichen. Ja. Bis auf das Pantheon. Genau, dass der schon drei Kills hat. Und bei uns unten ist es. Tschüss. Aus dem Weg. Wow. Wow. Fuck man. Ich fehl mit Pristana auf. Und dann stehlt die Welt schon. Wir sollten zusammen bleiben. Genau bleiben jetzt alle Bots. Zusammen sind wir stark. Was wir alleine nicht schaffen, das schaffen wir dann zusammen. Alles klar. Was sind wir blöd. Euer Team hat einen Turm zerstört. Komm, geh mal back, John. Also ich geh back. Ja, da ist dann nur Pantheon. Dann habe ich gerade One-Hit gedisst. Hast du es gesehen? Ja. Habe ich. Nicht. Ich bin der einzigste, der aus unserem Kill... Ja, der Kill-Teams hat. Aus unserem Team-Kills hat. Außer der John, weil er mit den einen Kill vormt haben Pantheon gesteilt. Der Pantheon ist der einzigste, der von denen schon gestorben ist. Du bist der Ramus. Ja, du wolltest wo ich spielen. Hätte ich bei fünf gegen fünf gemacht. Ah! Das geht ja um die Ecke. Das geht ja um die Ecke. Das geht ja um die Ecke. Da hat kein Peil, was er macht. Du, das war ein Halbkreis, aber nein. Ja, bei dir sind sowas Ecken. John, bleb da, bleb da, bleb da. Ja, das meint, was ich gelaufen bin, wo die Vergrasung gesagt hat, soll schwanger wie hier laufen. Keine anderen Namen hier. Tschüss, Basti. Für Spaß beim Sterben. Eben, keine offiziellen Namen außer unseren. Wuhu! Okay, gut. Hast du einen Lack für? In den Busch würde ich mich freuen, ganz ehrlich. Ich geh wieder. Ja. Oder hole ich mir ne Warmox? Ich weiß nicht, Naturgewalt oder Warmox? Ich würd' sagen, Warmox. Super, jetzt sagst du Warmox. Erst Naturgewalt und jetzt hat Warmox. sag ich was alles so die Naturgewalt sagt. Und dann kauf die alten Naturgewalt, wenn du so fast alles zack machst. Mit Spur. Naturgewalt ist ja nur gegen Diana, oder? Ja. Schau, aber schau mal, was ich schon Damage bescht. Steh mir keine Last Hits, Basti, wenn du eh kein Damage machst. Komm. Hab in den Busch. Damit ich auch nicht mal mal Damage mach. Ja, du hast 4 Dats, du wirst nie wieder Damage machen. Du hast nur 111 AD. Du, 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 du. Ich hab' auch schon mehr AD als in der Anerkennung gemacht. Ja, und hattest aber trotzdem voll zwölf Dats. Ja, aber ich hab' Damage gemacht am Ende. Hey, das war mal ganz schön Damage. Ja, weil wir nicht schlecht sind. Komm, geh mal hoch pushen. Also ich bin jetzt unten. Da ist Pantheon. Da habt ihr das. Und das Stil da eben natürlich wieder. Wie kann's denn anders sein? Alter, der rote Balken kam von mir. Nein, der kam von John und von mir. Alter, ich hab' auch meine Ulti gemacht. Ja, Alter, du hast nur 109 AD. Ich hab' 128. Basti, der rote Balken war mein Q-Skill. Schau. Du bist so ne Schlampe. Du bist so ne... Du bist so ne... Omer hessliche Schlampe. Mir ist die Dank gilt. Die Stil dann gilt. Die Stil dann gilt. Die Stil dann gilt. Die Stil dann gilt. Die Stil schon. So, na. Ja, auch voll ganz am Anfang. Die Stil zu den Pantheon. Ich geh' mal hoch und dauert. Und jetzt weißt du, warum ich später spielen will. Werder Basti nicht dabei ist. Ja, eben. Und wir können auch neue Champs aufnehmen. Aus dem Weg. Du. Ich spiel' hier keine neuen. Ich bin Old School. Mr. Oldtimer. So, jetzt geht's mir gut. Ich hab' zwei Quilz gesteilt. Jetzt stirbst du an dem was fallen, ne? Komm schon Roter. Komm schon Roter. Den Stil ich ihm. Den Stil ich ihm. Nein. Woaaah. Da kommt Ezreal und tötet mich. Oder macht Ezreal auszusehen seine Ulti. Ja, schön hase gemacht. Ich hab' fast mein ganzes Leben an dem Moment. Dass du hier keine Leif hast. Jetzt hab' ich Leif. So, jetzt kommt ne Bombe. Wenn ihr sagt. Ich hab mehr Life als Hasi. Ja, aber dafür kein Damage. Schau mal her, ich hab 128 Damage. Ja, jetzt hol ich mir Damage. Jetzt hol ich mir... Äh, hier ist das Ding. Vorsichtig. Finger der Unendlichkeit. Fast. Fand ich nix dafür, das war meine Pfütze. Das war das gute Zusammenarbeit. Ja, gute Zusammenarbeit. Du machst gar nix. Ja, ich mach keinen Schaden, ich weiß. Das muss ich noch üben. Dein Schaden ist indiskutabel. Ja, deswegen übe ich ihn ja. Was hat die gemacht? Wow. Ja, das ist ein Moment. Du kannst schon aufgeben. Recht? Ja. Schönes Spiel. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Alter, jetzt schau ich gerade erst mal, ob er überhaupt aufnimmt oder nicht. Und? Ja, das ist ein Lack. Das ist ein Lack. Das ist ein Lack. Ich dachte, ich bin schon wieder... Oh, mein... Ey, ich hätte geschrien, glaubt mir, aber wie. Wir können so ein Drache machen, was ich sie. Nein, du bist der Damage machen. Ich mach kein Damage. Ja, ich hab mehr AD als du. Eben, Hase, ich glaub, das wär sinnvoller, wenn ich Normal Hits auf den Drachen mach. Stimmt, du hast fast so viel AD wie der Waffe. Dir fehlen auch nur noch 20 A, den dann hast du... Soll ich mir jetzt einen Bluetooth da kaufen? Das wär doch mal was. Weißt du, was wir machen? Das ist so ne Trollrunde, wo wir AD, Kassel und so weiterspielen. AD, Kassel ist aber geil. Ja, ich weiß. Oder Only Supporter. Alistar und ähm... Wie heißt Alistar und Blitzcrank auf einer Lane? Ey, Hase, Hase, 3 gegen 3. Ich, Soraka, du Silian und dann noch irgendeiner. Das wird doch mal abgehen. Ich geh mal back. Eure, wie das abgehen würde. Was? Ja, Silian, Soraka und... Ja, ich bin doch schon wieder back. Ja, ich bin doch schon wieder back. Silian, Soraka, wir brauchen noch einen Support. Nee, es ist Lichterbue. Welchen Supporter gibt's noch? Blitzcrank, Alistar. Ja, das sind alles Tanks. Ich will einen, der kein Tank ist. Rammus, haha. Aha, der Oster. Ja, schön, dass ihr auch da bleibt. Ich hab auf meine Ulti gewartet. Du bist... ihr seid solche fetten Muschis. So, jetzt hab ich die Kills wieder. Ich hab meine Ulti reingehauen. Ich auch? Ja, aber ohne die hätten wir's gar... Ja, deine zählt eh nicht. Oh, doch, die schießt ihn zurück. Ja, beziehungsweise ich hatte ihm vorgeschossen. Aber egal. Ja, dafür bin ich überhaupt nicht gestorben. Okay, das war jetzt unser kleines Game. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Servus. 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 Servus.